Ich habe es mir anders überlegt. Ja, heute so und anders. Wie gestern habe ich schon gesagt, die Frau in ein ewiges Mysterium. Und deshalb soll ich einen guten Freund für dich. Guman hat mir damit gedroht, wenn ich die Sachen mit ihm nicht in Ordnung habe. Ja, und dafür müsste ich erst mal wissen, was für eine Unordnung ich veranstaltet habe. Auch das noch. Anscheinend riecht ja gerade jeder an die Geschenk-Vorpommern.